Ein Schnitzel kann viel Gesicht haben. Heute gebraten, mit Schafskäse und Spinat gefüllt. Hervorragend! Für das gefühlte Schnitzel brauchen wir natürlich eine Fülle. Wir machen heute eine Fülle mit Spinat, aber ich vorschlage, halten Sie hier ein bisschen an die Jahreszeit. Das heißt, im Frühjahr nehmen wir einen Bärlauch, man kann Rucola verwenden. Einfach ein bisschen im Jahreskreis schauen, was wächst, was ist da, das nehmen wir. Heute haben wir gesagt, nehmen wir einen Spinat und ich nehme dazu eine Jungzwiebel. Dazu schneiden wir den Jungzwiebeln. So, passt. Jetzt nehmen wir einen Pfanderl. Jetzt geben wir natürlich ein bisschen Butter, Butterschmalz, auch was vom Geschmack her einfach passt. Gehen wir rein. So, jetzt gebe ich dazu gleich meine Jungzwiebeln. In dem Fall nehmen wir jetzt den jungen Spinat. Beim Spinat wirklich reingeben, dass er zusammenfällt. Und dann ist eben so ein Wasser, das brauchen wir dann nicht, das muss weg. Der Jungzwiebeln fängt schon an zum Brasseln. So, geben wir den Spinat dazu und lassen das einfach ein bisschen zusammenfallen. In der Zwischenzeit können wir sich schon das Fleisch schneiden. Wir haben da die Schale und da schneiden wir eine Tasche rein. Eine Tasche heißt das, ich schneide nicht ganz durch. Sondern ich schneide einmal an. So. Stopp. Und jetzt ziehe ich das noch einmal durch. Und jetzt schauen wir, jetzt haben wir da einfach eine Tasche drin. Das tun wir in der Zwischenzeit würzen. Ich drücke das nur so ein bisschen mit den Fingern auseinander. Und das Ganze würzen. Ich verwende Salz, aber auch sehr gerne Kräutersalz, das man selber mischt. Passt. So, jetzt schauen wir, wie weit unser Spinat ist. Man sieht schon, er fällt schon ein bisschen zusammen. Wunderbar, das reicht schon. Den würze ich jetzt ganz gerne mit einer Muskatnuss. Dezent, vorsichtig, aber so ein bisschen dazu, rundet das halt ein bisschen ab. So, da gebe ich jetzt mein Kräutersalz dazu. Man kann einen Knobel reingeben, was ihm einfach schmeckt und zusagt. So, ein bisschen am Pfeffer. Jetzt machen wir sich da unsere Tasche und nehmen diese Fülle und tun wir sie da drauf. So, jetzt gehe ich her und lege den Schafkass drauf. So, perfekt. Und man kann dann wirklich schauen, was habe ich, was kann ich drauf geben. So, dass unser Schnitzel nicht zu sehr lacht, tun wir es jetzt zur Spang. So. Ich gebe zwei, man sollte sich das halt merken, weil dann, dass man es wieder rausgeben kann, bevor man es zu Tisch bringt. Gut. Jetzt stellen wir sich eine Pfanne her. Da geben wir natürlich ein bisschen Fett, weil ein Fett braucht ein Fleisch, ein bisschen weniger Geschmack. Ich nehme ihn wirklich schon alleine wie der Butterschmalz. Was ich jetzt nehme, eine Edelstahlpfanne oder eine beschichtete. Bei einer Edelstahlpfanne hat man einfach Röstaromen. Wichtig ist bei einer Edelstahlpfanne einfach das, dass ich das Fleisch dann nicht wegreiße. Das heißt, es muss uns entgegenhüpfen. Es muss sagen, kein Unterrad. Und dann kann ich es umdrehen. So, wir geben es jetzt noch einmal in die Pfanne. Und man sieht schon, das pickt. Das hält sich richtig an. Und wir müssen jetzt so lange geduelt haben, bis das raufhüpft. Jetzt schauen wir. Aha, es lässt sich schon. Ganz, ganz toll. Es lässt sich. Und wenn man schaut, wunderbare Röstaromen. Wir drehen es jetzt um. Unser Fleisch hat eine super tolle Farbe. Und jetzt noch ein bisschen warten und dann ein frisches Gräutchen drauf. Aber nicht ins Bett, sonst verbrennt es wieder. Man kann es auch so machen. Man nimmt jetzt dieses gute Effekt, das schon den guten Geruch hat. Und küsst es jetzt so übers Fleisch drüber. Da hüpft es schon weiter. Wenn das Fleisch durch und durch diese Temperatur hat, dann läuft es ja so wie so. Und dann decken wir das zu und lassen das rosten. Einfach stehen lassen, rosten, entspannen. Das will, bevor es am Teller ist, einfach sich ein bisschen ausrosten. Und dann hat man auch dieses Saft, dieses wunderbare, dann passt es auch. Würzen, salzen, pfeffern, das tue ich auch stets dann. So, ein bisschen Pfeffer drüber und frischen. Ein bisschen Salz. Dann nehme ich gleich wieder das Kräutelsalz. Da dazu, den ich einfach ein paar Erdapfel. Wir nehmen die Erdapfel und tun sie in diesem Fett ein bisschen Wurzeln. Und dazu passt am besten ein Bratzalat. Aufった uns geht es. Vielen Dank.